Musik Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Heute gibt es einen Limonaden-Konfetti-Kuchen. Und zwar ist es ein Kuchen, den ihr einfach ganz schnell zubereiten könnt. Für eine Geburtstagsfeier, für ein Schulfest, für ein Vereinsfest, wie auch immer. Es ist ein Kuchen, der einfach die Kaffeetafel schön bunt macht, weil es eben hübsch aussieht. Ganz locker, ganz lecker, mit ganz einfachen Zutaten. Ich zeige euch mal die Zutaten für den Rührteig. Dafür verwende ich 4 Eier, 200 Gramm Zucker, etwas Salz, Vanilleextrakt und Zitronenpaste, jeweils 200 Gramm Sonnenblumenöl und Zitronenlimonade und 400 Gramm Backmehl oder ihr nehmt Mehl plus Backpulver. Zuerst gebe ich jetzt die Eier mit Zucker, Salz, Vanilleextrakt und Zitronenpaste in die Rührschüssel und rühre die Zutaten schön weiß-cremig. Zitronenpaste in die Rührteig. Zwei Flüssigkeiten dazu, also Sonnenblumenöl und Zitronenlimonade. Und jetzt Mehl und Backpulver dazu oder mein Backmehl, das muss auch nicht gesiebt werden und nur noch ganz kurz einrühren. Jetzt habe ich hier einen Backrahmen. Ihr könnt das Ganze auf Backblechgröße jetzt einfach einfüllen und dann im Ofen backen. Jetzt einfach nur noch ein bisschen verteilen und direkt im Ofen backen. Das ist immer schön, wenn man so Rezepte hat, die einfach schnell zubereitet sind. Jetzt ist der Kuchen gebacken und abgekühlt. Da kommt jetzt noch eine Zitronenglasur drauf und auch die mache ich jetzt mit Zitronenlimonade. Für die Glasur und Dekoration nehme ich 200 Gramm Puderzucker, etwas Zitronenlimonade und bunte Schokolinsen. Normalerweise mache ich ja Puderzuckerglasuren oft gerne mit Zitronensaft, aber da das ja ein Limonadenkuchen ist, mache ich es jetzt mit Limonade. Also hier einfach ein bisschen Limon dazugeben und schön verrühren zu einem dickflüssigen Guss. Und dann hier jetzt schön auf dem Kuchen verteilen und verstreichen. Und jetzt hier mit diesen schönen Schokolinsen dekorieren. Ich habe jetzt einfach nur die braunen aussortiert, weil ich die bunte Mischung hier schöner finde. Schön kunterbunt. Und das können auch gerne Kinder machen. Sehr schön. Und jetzt einfach die Glasur trocknen lassen und dann kann der Kuchen angeschnitten werden. Jetzt könnt ihr hier den Kuchen rauslösen. Einfach mit einem Backformmesser hier entlang. Und sobald ihr es auf einem Tortenretter habt, könnt ihr dann die Backfolie drunter wegziehen, um dann den Kuchen zu zerschneiden. Und ich rolle das immer einfach so unterm Kuchen weg. Das klappt ganz gut. Dann gerne so einen Kucheneinteiler benutzen. Dann habt ihr gleichmäßige Stücke. Und dann kann man eine richtig schöne kunterbunte Kuchenplatte anrichten. So, hier bin ich wieder. Cool. Das ist so ein typischer Kuchen, den Eltern machen, wenn sie nicht viel machen möchten und dann auf einen Geburtstag gehen. Ja. Auf einem Kindergeburtstag, auf einem Gartenfest oder Vereinsfest. Schulfeier. Und der geht auch immer, weil er immer cool aussieht. Oder auch einfach so mal so einen Sonntagskuchen, den man mit Kindern zubereitet. Und ich finde, dass auch so einen Kuchen, den isst man halt von der Hand, gell? Mit Limonade. Ja, den isst du echt von der Hand. Also nicht mit einer Gabel, sondern einfach mit einem Kaffee oder mit einem Tee. Hat der jetzt auch nicht lange gedauert, gell? Warum ist der so richtig? Der ist so richtig schön fluffig. So weich, gell? So richtig weich, ja. Weil ich mit Limonade und Sonnenblumenöl gebacken habe. Einfach ein lockerer, leckerer Kuchen. Auf dem Kindergeburtstag bestimmt immer der Renner. Vor allem können ja die Kinder mit diesen Schokolinsen einfach schöne Muster legen. Finde ich gut, oder? Einfacher Kuchen. Easy. Das Rezept gibt es auf lidl-kochen.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Und vielleicht macht ihr das ein oder andere schöne dekorative Muster drauf. Ich finde, das ist einfach so ein schöner Limonaden-Konfettikuchen. So nennen wir den, oder? Ja, Limon-Konfetti. Perfekt. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Backen. Tschüss. Ehe noch mit fürs Team, okay? Mhm. 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 Tschüss. 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 Vielen Dank.